Herr Hering, ich suche Sie die ganze Zeit, aber schön, dass ich jetzt da bin. Frau Gerburg, das ist schön. Frau Gerburg von der Agentur Gerburg und Gerburg Künstlervermittlung, Jazz, Jazz für jeden Anlass, auch für Ihre Feier, was kann ich für Sie tun? Etwas zum Mittanzen, etwas zum Tanzen insgesamt, wenn Sie ein bisschen leiser sein könnten, bitte. Ja, was zum Tanzen, um Gottes Willen, Sie müssen mir nochmal aus der Patsche helfen, das ist ja ein vom Flickster Tag heute. Sie haben ja viel länger gespielt, als überhaupt hier Noten drauf sind, ja? Sie komponiert aus dem Moment ein flüchtiges Kunstwerk, Improvisation. Das ist ein ganz berühmtes Stück im Jazz. Ja, gibt's das? Ja, dieses Stück, wo man hört, Rotwein, Rollkragenpullover und Dave... Dave Brubeck. Dave Brubeck? Achso, klar. Ja, ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, drei. Oh, das ist hübsch. Malamala! Es war ein schöner Sonntag, der letzte im Februar war es vielleicht der erste, ich weiß nicht mehr genau, es könnte auch im März gewesen sein. Ich fuhr mit dem Auto über einen Fluster, sah ich einen Spann. Ich fuhr mit dem Auto über einen Fluster, sah ich einen Spann. Ich fuhr mit dem Auto über einen Fluster, sah ich einen Spann.